Ist Porridge ein gutes und gesundes Lebensmittel? In Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Einige Arten von Brei sind für uns sehr schädlich, während andere für uns von Vorteil sind. Wie verstehen wir das alles? Das werden wir in diesem Video entdecken. Also schauen Sie es sich bis zum Ende an. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung über einige Breisorten. Fangen wir an, abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, damit Sie unsere neuen Videos nicht verpassen. Zunächst möchte ich einen sehr wichtigen Punkt ansprechen, der verstanden werden muss. In der Natur gibt es keine perfekten Lebensmittel und keine Lebensmittel, die zu 100% nützlich sind und gleichzeitig keine Mängel aufweisen. Da alles sehr komplex und komplex ist relativ. Daher haben einige Lebensmittel einige Nachteile und viele Vorteile, andere hingegen mehr Nachteile als Vorteile. In diesem Video analysieren wir, welcher Brei mehr Vorteile und welcher mehr Nachteile hat. Generell gilt, dass die meisten Porridges einen recht hohen Ghee haben, manche Sorten haben sogar einen höheren Ghee als der Zucker selbst. Aber ich denke, es ist eine einfache Sache. Wenn einige Breisorten einen höheren glykämischen Index als Zucker haben, bedeutet das, dass diese Breisorten schädlicher sind als Zucker selbst. Das sollte beachtet werden. Getreidebrei wie Grieß, Mais und Reis haben einen sehr hohen glykämischen Index. Dies bedeutet, dass es zu einem starken Anstieg des Blutzuckerspiegels beiträgt und ein hoher Blutzuckerspiegel mit vorzeitiger Alterung und dem Auftreten chronischer Krankheiten verbunden ist, was wiederum zu einer Verschlechterung der allgemeinen Lebensqualität führt. Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index führen zu dauerhaften Mikroentzündungen, und dies ist einer der Hauptmechanismen unseres Körpers. Maisgries und weißer Reis sind für den Körper am schädlichsten. Daher ist es besser, sie weitgehend zu meiden. Wir sollten auch über Grieß sprechen. Es ist einfach ein schlechtes Lebensmittel, so wie der Verzehr einer Schüssel Zucker. Es bringt nichts. Der glykämische Index ist sehr hoch, da es keine Vitamine und Mineralien enthält, und Grieß beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, wertvolle Nährstoffe aufzunehmen Substanzen wie Vitamin D, Eisen und Calcium. Zu Reisbrei muss man sagen, dass polierter Reis im Allgemeinen kein gesundes Lebensmittel ist, verarbeiteter Reis ist keine Vitamin- oder Mineralstoffquelle, sondern lediglich eine Kalorienquelle mit einem hohen glykämischen Index. Jetzt schauen wir uns die Breisorten an, von denen Gerste, Erbsen, Buchweizen und schwarzer Reis am nützlichsten sind. Nur eine kurze Erinnerung. Dieses Video dient nur zu Bildungszwecken. Sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt, wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder Medikamente einnehmen. Allerdings ist der glykämische Index hier im Vergleich zu anderen Breisorten nicht besonders niedrig, sondern eher hoch, man muss sich aber darüber im Klaren sein. Dass generell alle Breisorten reich an Kohlenhydraten sind und der glykämische Index stark davon abhängt, wie der Brei zubereitet wird, zum Beispiel, ob wir Zucker hinzufügen oder nicht. Dem Brei wird oft Zucker zugesetzt, was den glykämischen Index erhöht. Was aber, wenn wir etwas Butter hinzufügen, da bekannt ist, dass der glykämische Index sinkt, wenn wir Fette in unsere Ernährung aufnehmen. Brei kann auch auf unterschiedliche Weise zubereitet werden, da wir ihn lange kochen können, bis er weich wird. Dann steigt der glykämische Index, da dieses Produkt im Magen viel leichter zersetzt und im Darm besser verdaut werden kann. Energie kann schneller ins Blut gelangen oder man kocht den Brei zu wenig, sprich man kocht Brei, der nicht ganz weich, sondern etwas hart ist, dann wird der glykämische Index niedriger sein. Beim Verzehr solcher Porridges geht es den Menschen besser, sie haben plötzlich mehr Energie, die Verdauung funktioniert besser, der Magen fühlt sich besser an und es kann sich auch auf die Gefühlswelt auswirken. Das heutige Video ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden Sie in einem kommenden Video treffen. Ich wünsche Ihnen mehr Erfolg und Wohlstand.